So, da bin ich wieder. Aha. Und... Heute nach dem letzten... Was war das hier gemacht? Theoretisch müsste ich jetzt ein Verstecker oberen, aber... Ich weiß nicht, wir haben auch gar nicht mehr so viele Sachen zu tun. Ich glaube tatsächlich, dass ich ab jetzt einfach noch der Hauptstory folge. Und alles andere einfach komplett links liegen lasse. Wir haben die ganzen Nebensachen durch. Wir haben... Wir können theoretisch ab und zu mal so ein... Irgendwas in der Stadt mitnehmen, aber... Man sollte... Jetzt einfach nur das machen. Und alles andere, wie gesagt, links liegen lassen. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir... Mit Charakteren, die Level 20 sind... Dass wir mit denen nichts mehr kriegen, irgendwie. Finde ich leider schade. Kann ich einen von den beiden mal austauschen? Diese gegen... Quatschen. Hey, bei ihr haben wir noch nicht die Skins angeguckt. Den hatten wir schon mal gesehen. Hm. Unklar Himmel. Na ja, gut. Die anderen behalten. Und wir zwei Leute, die ins Deft gehen können. Einmal die nach vorne dashen können. Ähm, ja. Wir haben einen Hacker wieder dabei. Off we go, agents. Who's ready to kill? Friday, send us out. Ich meine natürlich hier gerade mein... Mein Tee und Kaffee hier noch. Hier ist jetzt fertig in der Kirmuskarte für später. Und der Kaffee wird jetzt gerade frisch eingegossen. Hm. Gibt es nicht auch, wenn ihr frischen Kaffee habt? Macht hier so Geräusche? Schneidet hier irgendjemand? Ja, scheint. What? Ich meine, solche Sachen kann man nebenbei immer mal machen, aber ich würde jetzt nicht alles andere ignorieren. Die Weltkartengeschichte, die ist jetzt komplizierter geworden, weil wir anscheinend andauernd noch zwischendurch in, äh... Weil wir andauernd zwischendurch noch in diese Leers müssen, diese Legionsverstecke. Was ja gar keinen Sinn macht. Warum muss man denn jetzt... Also warum dauert das jetzt noch länger, auf der Weltkarte rumzugucken? Hm. Oh, ein bisschen ärgerlich. Na gut. Na gut. Nix. Na gut. Aufstand der Roboter. Agent, reports are coming in that robots are going haywire across the city and attacking people. I don't like the sound of this. We're talking construction bots, cop bots, even cluster sucks. I don't know what's going on, but this all smacks of Legion. You need to look into this. You can count on me. I'm ready to take a mark. There they are. Wait, what? Are they abducting people? Well, that needs to stop right now. Oh. What's that? Something is controlling the code box. There must be some sort of transmitter in the area. You should have a look. Äh, what? Hauen. Wollt ihr euch nachgucken? Da hinten. My mistress. Hm. My mistress. Mhm. Klingt nach nem Club, wo ich auch beitreten will. Gleich. Bitte. Öp, da. Ich nehme das. What the fuck? Oh, das ist kürzlich. Es sieht aus, wie ein Transmitter in diesem kleinen Mann. Schade, du musst ihn destruieren. Ich nehme das. Jetzt habe ich auch nehm. Was ist das? Es scheint zu sehen. Was ist das so ein Herzgebiet? Was ist das so ein Herzgebiet? Was braucht ihr eine Sensor-Sensoren um dir? Sehr gut. Ja, natürlich. Okay. Hier, da ist das neue Auto dann. Sehr schön. Bongo oder wie heißt es? Oh Gott! So much air! Das ist eine Schnellfahrt, eigentlich, ne? Ah, da lang. Ich nehme an, dass ein Auto das durch Rasen im Prinzip sein Turbo kriegt, oder? Das Ding fliegt ja. Ne, die Sprünge, oder? Also beim Springen kriegt er so viel Turbo zurück, anscheinend. Hm. 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 Die Flows-Flo direction, die die Licht-Force ist, die auf meine Reis. Really? Du bist in der Mitte, oder? Hm. 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 Back to Busstool. Hm. 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 We are Drei, Germany! Sweet Release!!! Freedom!!!! I'm sure Granddaddy Jeff is smiling down from heaven, thinking, that righteous bro just show some hicka swag. He would have finished it of with Yolo, but he always pronounced it Y-O-L-O. das ist ja der zukunft da ist jolo wahrscheinlich wirklich so ding von ihrem großvater quasi great job let me just switch the sensors on and brilliant i'm picking up a hot spot of robots sending the coordinates no problem at all dadurch dass ich jetzt durch die gegend gefahren habe ich das irgendwie trianguliert ja oder so viel graffiti da kann ich mich gar nicht erinnern und schick aus ist sie selber hier das gehören mit mitteln dieser chip der eingepflanzt wurde von babylon wahrscheinlich im crazy dieser tipp uhr und kaffee oder das ist babylon wir sind tot sehen vielleicht wird sie auf unsere seite wechseln ach ja gefällt mir das ja noch mehr das war verschiedene personen der ruma greift mich an das ist gut oh hi Ah, yeah! My missus is only hidden. You, 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 you. I must do... Gut. Will ich die da auch kaputt machen? Das ist meine Aufgabe. Erklär mal. Da lang. Die hier? Die... Die machen das Graffiti für sie. Das ist ja cool. Hey, Kippau, Drohne. What? Oh. Nicht? Aber die Waffen... Hm. Die laden sich nicht mehr voll, während der Rausch ist. Schade. Gehen wir noch weiter oben? Ich denke, die hast du gesehen. Gehen wir und so? Ja. Ja. Entspannte superheroes? Ja. 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 Was? Du hast mich doch getroffen? Das ist doch unfair, hier. Geh weg. Da hin. Oh, da ist... ...ne Mayhem-Lidien. Können wir direkt mal nutzen. Oh, das ist doch noch nicht. Gut. Ah. Hey! Wie das geht das? Wie geht es denn, wie geht es denn, wie geht es denn? Niemand attacke den Kapitän! Willst du standen für die Leute, oder? Ja, machen wir! HW Robotics Da wir jetzt die ganzen Nebensachen durch haben, frage ich nicht, wie lange das Spiel noch geht, ob ich das vielleicht in einer Aufnahme hinkriege. Weiß ich nicht. Ähm, mal gucken. Ich meine, theoretisch könnte ich immer noch mehr machen. Auf eine Welt ist ja zugeklatscht mit Zielen, die man machen kann. Die ganzen Rennen, die du auch immer wieder machen kannst. Irgendwie, das finde ich ja merkwürdigsten. Ich merke Sachen, wenn sie irgendwann abgeschlossen sind, so die Legionsaußenposten, meinetwegen, da macht das dann Sinn. Dass das, äh, bisschen andersrum läuft. Das kann man ja extra markieren, oder? Die normalen Quests, die sind blau und... Ja, und sollten dann wiederkommen. Guck. Hm. So, eigentlich wollte ich hier in der Mitte irgendwas drücken. War das? Hier? Hier? Ja, was hier? Welcome to KW Robotics. We put the nuts in bolts. That doesn't even make sense. Hm. So, weiter suchen. Hm. Irgendjemand hat da seine Farbe vergessen. Hier? What? Welcome to KW Robotics. We are totally not a front for Legion. Haha. Seriously? Who missed this? Wärme? 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 Wo? Ja, da war ich da eben grad schon. Welcome to KW Robotics. It's a trap. Oh, shit. Welcome, Mayhem! Ich bin so glücklich, dass du mich hier findest. Wer ist das? Die Engarde, Adrian. Du hast einfach Ariadne gefeuert. Ich gefeuert... was? Das ist... Die Stimme von Ariadne ist Cherami Light, glaube ich. Die Stimme von Eto'o und die Stimme von... ... seit tausend anderen Sachen. Unter anderem... ... vom kommenden... ... äh, der Vibe, die Hauptcharakter von... ... von Cyberpunk 2077, ist ja auch die Stimme. Was? Ariadne? Wirklich? Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Sie war, wie der beste Programmierer. Ha, Programmierer sind nicht schrecklich. Das wird einfach. Don't be blasé, Agent. Sie ist die größte von Babylons Kreaturen. Oh, ihr seid ja ganz schön viele. Ich brauche irgendwen... ... im Waffenverdichtungsmaß werden, jetzt gehören. Die habe ich gerade ausgewechselt. Hm. Wo muss ich hin? Da hin. Da hin. Okay. Mhm. Ach, da sind noch mehr Sender. Ja. Ach ja. Schön. Ja. 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 Da hier? Ne. Ja. Danke für dich. Ach. Ugh. Joanne, sichern Sie den Bereich. Mhm, hm, hm. A swift blade will handle these enemies better Da ist das, nicht gut Warum Hoppala, bin ich der im Lager Was ist der hin? Was ist der? Ich versteh das nicht Die Dinger müssen buggy programmiert sein oder so Das soll doch nicht so, oder? Ich mache manchmal einen normalen Schaden, wenn ich das Backpack treffe, manchmal Aber sonst, ey, das ist ja Babylon muss sich in der Lage sein, um Ariadne inzunehmen Bleib auf die Pressureagent Wir haben die Legion gegen die Rücken jetzt Oh, gut Nun, du hast sie geholfen Ich kann zurück zu tun, was ich wirklich hierher gekommen bin Wir brauchen dich zurück in der Basis Jetzt auch noch nicht overused sind Hätte ich jetzt gesagt zu müssen Wir müssen zurück zum Ark Na gut Gleich Ja Oh Zeit schaden, wofür können wir mal Zeit schaden Ein paar Sachen, die proben wir zu immer Kredite theoretisch Ich bekomme viele Fragen auf Social Media über Implant Rejection Mein Tipp ist, um das Teil der Rejection zu vermitteln Flasch ist nur Schwachigkeit, um das Körper zu verlassen Auch eine Möglichkeit Wir haben doch hier August Gaunt hier drin, ne Muss ich den eigentlich angucken irgendwo Jetzt doch Der Reaktor Da Da unten auch Zellen Wie sieht der aus, ne Also wenn dann nicht hier Na gut Existiert dann nur ein K10, zieh mich an Wenn der überhaupt nochmal vorkommt Der August Dann gib mir mal das Briefing Legion activity reports have come in It seems that Legion thinks they have thrown a curveball at us Let us hope she turns out to be a boomerang Ariadne was truly a marvel to work with Her programming skills were second to none And she had a wild genius to her The Doctor Babylon could never dream of surpassing It is a pity what happened to her There have been rumors circulating about why Babylon implanted a control chip in her brain Whatever the reason, it didn't work She overcame that chip by sheer will Too bad her efforts drove her completely mad Schade Be careful when you encounter her agents Don't underestimate her She is the definition of unpredictable Eine wahre Künstlerin Denn sie benutzt Ducktape Anscheinend Na gut Dann machen wir da weiter Folgen wir dem Ariadnefarm So jetzt aber Ich nehme einfach Lazarus mit Vielleicht mache ich die ganze Zeit nur mit ihr Das ist egal Egal Ich wollte trotzdem los starten Wenn irgendein Skin hier nicht benutzt Von ihr Die gehen ja theoretisch Na gut Nehm ich den mal Hier Das da hatte ich auch noch nicht Das würde eigentlich dazu gehören theoretisch oder? Bin ich sicher Ja Hm Ist hier der Empfohlener Spiel ich jetzt grad? Äh Was? Wirklich? Ich weiß ja nicht Ich weiß ja nicht Ich weiß ja nicht Ich hoffe nur dass ich keine Schilde kaputt machen muss Da habe ich nur Rahmen dafür Also nur dafür Ja Es ist Zeit zu gehen Look around Glorious! Die weggeblasen. Die weggeblasen, 466. Godspeed, Madame Fluffernut. Consciousness acquisition has been achieved. Oh, Ariadne, you are so clever! Of course Persephone has taught you the importance of material wealth. But has she ever taught you about the worth of a human soul? Perhaps I can enlighten you. As there is no evidence of a human soul, how can one place a value upon it? Stay alert, Agent. It's best not to be on the receiving end of one of her lessons. But it sounds like human lives are at risk. Find out what she is up to, and stop it. Very well. What a distinctive selection initial. Maybe they didn't see you. It appears she has surrounded that person with a stasis bubble. Oh god. I think she's using it to drain them of their consciousness. What might the result of that be? She's uploading their minds to a database and leaving an empty husk behind. That is unethical. Quickly, quickly now. Their body will be no good without their mind. I think with a strong enough attack, you should be able to break through the bubble. Tsk, tsk. How are they supposed to learn if you tell them the answers? Great job, Agent. You disrupted the upload. It looks like that person will be okay. Looks like Little Miss Spooky Face is putting more people in those bubbles. Friday will send you the coordinates. Always meddling. What am I to do with you? Again. Yeah. I'm gonna keep going. It's the first, I'm gonna get stuck. Yeah. Anyway. One of them live from... Time to stab an agent. Okay. Bye. One of them live from... No. One of them lives. I don't want to get rid of. warst du fahren warst du der großen hilfstruppler Da Wow, äh, Sherazard im Team zu haben, macht so viele neue Dots, das ist, äh, sehr praktisch, ehrlich gesagt Hat eine Mine gehört? Ja 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 Die Dots ticken von alleine hoch, das ist ja cool Wow Okay Oh, Sherazard ist ja richtig stark Huh Ich genieße das einfach nur. das neue zum glück zum glück ich bin ich aber nicht gerade angekommen okay ich hätte einfach nicht springen suchen oh ich muss da in Geschwindigkeit hin ich habe halt gerade kein Berg damit nach vorne dabei aber das wollte reichen hier bin ich ein bisschen schneller glaube ich das kommt mir zumindest davor die 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 Bedingung kleinere oh ja ich weiß genau wie viel von einem Buster dir geben ich werde friday teleporten meinen Powerbooster zu dir Oh, ein Booster. Hab ich schon gesagt, dass Chera wie leid mag? Ja, ist das super. Ach ja. Hm? Da leben noch welche? Ach so, Störsender drinnen. Kommt mal wieder nämlich ansonsten. Machen wir es mal so. Brauche ich, dass ich es selber mache. Der Sender. Da? Da. All right, we're back in business. Wow, wie oft ich da eigentlich gegenschießen möchte. Ist ja doof. Nicht. Wow, mit einigen Helden kannst du das ja gar nicht machen, oder? So. Ja, gut. Ja, gut. Sie hat die Arbeit wieder mit einem anderen Transmitter geschehen. Ich werde dir nicht, von allen Leuten, meine Forschung verletzen. Hey, warum, warum ich nicht? Da drüben. Wenn sie falsch an mir. Wo? Hä? Dahinter. Dahinten. Hm. Out. Out. Ja, doch, ich bin doch unterwegs. Wie unglaublich, je stärker sich worden ist dank der E-Technologie, also Lazarus. Also such's doch. Da war ne Mecheln-Vivion, verdammt. Das bezweifelt. 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 Ja. Oh, und wenn du mich verlassen hast, einfach schau. Das ist hier der Tempel? Ja, ich hab wieder M gedrückt. Das ist ein Fehler. Nee, hier ist nicht der Tempel. Ja. Da so. Betreten Sie das? das grämmchen hat es etwa auf die ein schnurrbart kann ich nicht auf ariadneus seite wechseln agent agent es ist eine breche ob sie kürz kreis kreis kremlern ist missen und wir haben keine idee wo sie ist ich habe sie biometrische signatur zu sol aber sie hat nie ein log ist und was ist da eben explodiert mit 10.000 damage oder was sagen wir das mal muss das so und seite sie passiv Was hat gerade passiert? Noch einmal versuchen Hat's dann geklappt Wormer, lass uns sehen, ob du einen kleinen Magpie in Zeit Aber ich habe noch nie einen Magpie Du bist so langweilig, du bist Nichts Überraschung, weil es alles um zu teleporten zu den Ark war eine Lab-Code und die Möglichkeit zu liegen Sie muss sich zwischen den Leuten aus der TX Friday sollte sich informieren, dass wir sie nicht wissen Ding, ding, ding! Sehr gut Sehr gut Es ist so schlecht, dass du hier nie wiederst. Schmerz Freitag Ich bin nachher und nachher und nachher Ich bin nachher und nachher Das war so, sollte ein schneller gehen. Hi, na ihr? Hi. Guten Tag, nur auf der Durchreise. Komm nicht, der Kiste. Gar nicht, ja? Na gut, wir gehen mal weiter. Die Roboter sind nicht funktionierend. Keine Kisten hier? Wie sagen die Roboter immer noch Erfahrung geben? Ey, das ist Aisha. Aisha und Babylon. Was ist denn gegen Aisha? Kennst du die? Wer ist das? Äh, nächster Raum wäre woanders. Ey, du wuchst nicht nur doch. Schön, ihre Kunst hier zu sehen. Das sieht auf jeden Fall wie Elf im Wunderland aus. Grinse Katze. Böse, böse Chip. Mein Problem, links zwei Kisten, rechts eine. Was passiert da? Oh, sieht lustig aus auf jeden Fall. Hier Kunst gemacht, ja? Hier sind so Schweinchen. Hm. Es ist schön, dass ein Charakter endlich mal so ein bisschen doch durchbricht hier. Normalerweise ist. Was denn? Was? Was? Wunder. wer ist die dinger machen schaden hier die exküriere homer falle darf ich den nächsten raum das piept hier das ist die homer falle danke die das ist die w 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 Das soll eine Tee-Party sein oder so. Irgendwie sowas. Halluzinogener wahrscheinlich. Hm, Blut? Macht ihr so Glitzer-Geräusche? Warum? Eine? Ja, doch, die sind Piepen die ganze Zeit. Besser, ja. Hm. Na, Kuchen. Schön. Da waren noch Kisten. Verdammt. Ich hab' mich verpasst. Ich hab' mich selbst. Ich hab' mich verpasst, von der leckenden Informationen über unsere Projekte. Warte, ist das das Broadcasting? Schön. Ähm. Es ist schön, dass dieses Elementchen mit Ariadne gerade dann kommt, wenn man denkt, ah, jetzt hab' ich genug von diesen Dingern gesehen, die sehen eh alle gleich aus. Na, gucken, ob wir das noch häufiger sehen werden. Wahrscheinlich wird's danach wieder zurück in... ...normale gehen, oder? Ja, dann, auf den nächsten Raum. Hm. Da haben wir zwei Markierungen. Hm. Hey Gremlin. 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 Gremlin muss be in the next room. Oh, okay. Äh, wo wollte ich ihn? Über mir. Hm, Brett. Ja. Jetzt, wenn der war eben nicht da. Ja? Ich habe ein paar Progresse gemacht. So nah. Habt ihr wirklich gedacht, ich würde nur einen Transmitter benutzen? Du bist so zillig! Hm. Ja. 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 Wo waren wir? Ich wusste es. Über mir? Was? Über mir? Über mir? Was? Über mir? Über mir. Ja. Ja. die anderen überleben ja auch nicht lang bei der lager so weiße kätzchen die katze sein die kärzchen Achso, ja. Kann ich nicht. Au. Oh. Woh, 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 woh. Woh, woh. Ich gucke mal, kann ich mich heilen, wenn meine Drohne noch drin hat. Wo hin? Good. hätte ich bestimmt noch alleine ich glaube, es gibt noch einen Transmitter. Einen noch? Ich kann es nicht glauben, dass du so ein... Wethilfe. Da lang. Au! Warum? So. Hey, hier sind noch Kisten. Waren aber alle falsch, oder? Die konnte ich nicht nutzen. Okay. Okay. Wo ist er? Sehr creepy auf ihn, huh? Wohre denn? Da hinten. Da den. Kurt. Warum gibst du jetzt mehr als einmal? Get me out of here! Tick tock. With every second, Gremlins mind becomes part of my great creation. Another toy? Life is a game, darling. You had better pay attention, because your turn is coming up. Eeny, meeny, miny, moe. What's the matter? Can't find the real me? No matter. I'll kill all of you. Ja, genau sieht's aus. Oh, I think it's all tough. Was? Phase 2, hm? What? Finally, someone who can withstand one of my games. I hope you're ready for round 2. Oh yeah. I've knocked the orbs off. Grab them. They'll give you more power. You can break the lock on me so if you shoot it enough. Gremlin, stop fighting it. Just let yourself drift away. You won't wait. Die Energiekugel. Eins. Oh, struggling until the end, I see. Yes. Keep going. Oh, struggling. Irgendwie kommt da häufiger mal welche an. Grab the, uh, sparkle, the ball things. Den geht ja nur im Dreieck, oder? Da war's. Hab ich? Ne. Da komm her. Da komm her. Da komm her. Da komm her. Break the bell. I mean seal. Cell. Oh. Oh. Gremlin. Gewonnen? Schon? Oh. 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 So pure. Oh. Oh. An image of what could have been. Hm? Achso. Oh. 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 Au. Bin ich sterben, danke. Ich habe Damage bekommen von irgendetwas, die ich nicht gesehen habe. Schauen Sie Ariadne in ihre Dioramen. Bist du? Okay. Okay. Das war gar nicht das, ne. Verdammt, okay. Mach ich das. Wir suchen Sie Relic, um Geld abzuholen, ja. Ja, ne? Ah, ich habe es geschafft? Okay. Also. Nein! Problem, Problem. Deswegen wäre er, ne. Hm. Hä? Wow, guter Schaden. Okay, ist sie im Nahkampf. Und will mich, ja? Incoming! Muss es sie dann noch beschädigen, oder so? Take your medicine! Attack! Jetzt. Ich werde dich bekämpfen, okay. Äh, wie soll ich Schaden bekommen? Im Ernst? Das ist auch widerlich. Ja. 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 Nee. Ja. Ich hab diesen Ohr. Was? Ja. ja ja was betreten I wish I could bathe in all the knowledge I obtained from all those scientists. But that would be pretty chilly. The blood of my enemies would be much warmer. Pop quiz, darling! All of my studying had better pay off. Otherwise, playtime is over forever. That's worked, yeah? Success. I hope Babylon likes my little addition to the control system. What? Is it so easy, that out to sniffle? I'll certainly be entertained.